Da bin ich wieder. Welche Seite willst du nennen? Deutsch. Bist du schon drin? Ja, auf dem Server ja, da mach ich mal ne Panzer drauf. Ist offen. Dock. In der Mitte. Ja, Hill 400. Ach nö. Das war doch wieder völlig absehbar. Der Panzer scheint besetzt zu sein. Kann zumindest nicht rein. Der Kleine hier? Ja. Ich muss mal kurz tasten welches Kommando Dingsbums ist. X. K. K. K, ganz wo am Arschte wird. Okay. Kannst du mal auf der Karte gucken, wo lang? Das beim Fahren immer ein wenig hochgeschickt. Ah, das Blaue auf dem Map sind hier offenbar die Straßen. Ja, aber jetzt kannst du dem Weg hier folgen. Komm ich hier rechts noch irgendwo lang? Ich weiß ja gar nichts hier. Du kannst das so lange in die Kommando Ansicht. das war glaube ich der falsche Willen. Ja, ja, ja. Kannst du hier rechts durch? Ja, das ist alles unpassierbar hier. Die Schienen gehen oben drüber. Ne, lass mal umdrehen. Dann müssten wir theoretisch da doch über die... Ne, das ist auch eine Brücke. Ich gucke mal eben, drehen wir schon mal um, dann gucke ich mal wo der andere Panzer lang fährt. Irgendwo müssten wir hier... Ja, theoretisch da nach der nächsten Kurve, da stehen so ein paar Häuschen. Da kann man laut Karte zumindest lang, glaube ich, da müsste so ein Feldweg sein. Oh toll, jetzt kommt unser Tiger entgegen. Rechts hast du noch gedacht. Na, toll. Ja, oder auch nicht. Passt, passt, passt. Jungs, wo fahrten wir lang? Ich weiß nicht, wo es hier lang geht. Weiter her, ist kein Problem. Hat er gesagt, folgen? Ja, mach mal. Wo auch immer der hin will. Dann guck mal, ob das ein Mehrmann-Squad ist, oder ob das ein Einmann-Squad ist. Wir sitzen zu zweit drin auf jeden Fall. Okay. Wir sind jetzt auf der Karte mit dem, wir fahren jetzt Richtung Süden und dann. Wir versuchen, auf die Eisenbahnschienen hochzukommen. Mal gucken. Ich kann das mit einem kleinen Ding wahrscheinlich eher. Okay. Wir müssen ein bisschen später nach hinten. Jetzt nach rechts. Genau, und jetzt nach rechts. Wenn Niederrohr kommt, werden wir es auch schaffen. Hallo, Nordsachse. Ne, die kommen dann nicht durch, oder? Müsste, der passt dazwischen. Na toll, die rutschen rückwärts. Wir fahren noch runter auf die Straße. Ich vermute, dass die Pastas da oben drängeln sich jetzt um den Baum da so rum. Das sieht aber auch sehr interessant aus. Ja, eigentlich sieht es schon so aus, als wäre das so ein Weg, wenn du genau drauf guckst. Irgendwie so ein Schleich. Wir versuchen es mal gerade aus. Okay. Also Panzerspielen macht mir, wie gesagt, auch Spaß, wenn du dementsprechend eine Crew hast. Aber wie gesagt, also ich war vor der Runde gerade eben, hab der auch gemacht. Ich war so ein bisschen, ne, 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 ne. Jetzt gerade eben mit dem Squad ging das wirklich gut. Auf der Karte waren so blaue Wege, da muss. Ja, den verlassen wir jetzt gerade, der hört hier auf. Ja, und da vorne kommt nochmal so ein, wie sieht es aus wie ein kleiner Fluss zwischen den zwei rosa Straßen. Aber es müsste ein Feldweg sein wahrscheinlich. Ja komm, fahr zu. Kommen wir hier vorne gleich rechts hoch, 50 Meter. Kommen wir auch noch auf die Gleise rauf. Jetzt sind wir so auf diesem Weg. Hier, hier, oder? Ja, hier. Das sieht aus wie ein Schleichweg, oder? Kacke. Wenn wir da drauf passen. Ach, das ist eng. Ne, ne, das passt nicht. Da steht ein Baum, wie ich da einen Meter platzen. Das heißt, wir, na toll. Jetzt hängen wir komplett, oder? Ich glaube, wir hängen zwischen zwei Bäumen, tatsächlich. Habe ich uns aus dem Powered? Ja, ja. Jetzt ist es frei. Mach mal vor und zurück, das müsste gehen. Na komm schon. Wir hängen tatsächlich komplett zurück. Kannst du mal aussteigen und gucken, auf irgendwas hängen wir. Geht eigentlich. Weg, 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 weg. Ui. Ja, das war mehr als ein Baum. Also, ein Weg zurück und schnell ist möglich. Zum Glück sind wir ja schnell. Der Tiger hängt ja immer noch. Ja. Klar, Lucky, das ist nicht wahr. Das Kommando ist so ruhig. Haben wir überhaupt einen? Oh Gott, lass uns vorbei, lass uns vorbei, lass uns vorbei. Aber wo kommen wir dann bitteschön da rüber? Da hätte der Puffe, hier müsste das gehen. Da müssen zwei Wege sein, die auf die andere Straße führen. Ah, ich seh's, ja. Beziehungsweise... Oder so. Dann müsste es eigentlich hier sein, aber... Oh, fuck! Okay, das ist unrealistisch, ich bist grad gesprungen! Kommt sie nur weg? Ja. Wir sind ein bisschen auf die Mauer gesprungen, auch nur ein bisschen. Jetzt geradeaus, oder? Ja, die ganze Zeit, dann können wir... Ja, genau, bis zu 400. Da dann sicherlich dran vorbei. Ja, die Map ist auch relativ hoch. Aber ich bin... Ein Panzer bin ich von der Seite, glaube ich, noch nie gefahren. Hoch, oder? Ja, genau. Ja, wir haben die ja auch nur von der westlichen Seite bisher gespielt mit den Amis da, aber auch ohne Panzer so wirklich. Ich hab ihn nochmal ausprobiert. Nach 20 Minuten irgendwo hängen geblieben und dann... ... hat sich der Fuß weiter gelaufen. Nordsachse, wie geht's dir eigentlich? Ähm... Naja, ich... Soll es jetzt sagen, äh... Drei links... Ähm... Vorsicht! Sprung! 200 oder sowas in der Richtung. Ist nicht dirt hier. Aber ich hätte es mir schon sagen können, dass eine Kurve kommt. Und... Ich... Ich kann nach unten nicht sehen. Ich hab den Panzer vor mir. Aber ganz gemächlich im ersten Gang fahren. Na komm... Der erste Gang in dem Ding ist wirklich nützlos. Aber hier möchte ich auch nicht mit dem Tiger hochfahren müssen. Okay, kannst du links fahren jetzt? Johnny, einen schönen Abend. Wie geht's dir? Komm schon. Keine Berganfahrhilfe, ne? Ne. Noch klassisch. Aber ich hab's erklärt. Achso. Auto fahren. Nicht Panzer. Nimm den Punkt gerade wieder ein. Der ist jetzt östlich von uns gerade. Beziehungsweise gleich im Norden. Irgendwie in die Kurve rum sind. Achso, irgendwie... Spricht jemand? Kommandanten oder andere Spots? Nein. Nein, nur Commander. Kann mir jemand mal einen Supporter hochschicken? Nein. Nein. Rifferhaus. So ist die Wendwegel. Ja, ich hab auch gestern schon. Ähm... Hoch oder geradeaus? Ähm, links. Dann vorbei. Okay. Wir haben gleich Feinde in der Nähe hinter der Kuppe da. Okay, wir haben gleich Feinde in der Nähe hinter der Kuppe da. Auf sich gar nichts. Ähm, das hat sich nah angehört. Ja, mit uns aber. Äh, was ist das gerade aus im Dorf? Das ist er. Steht überhaupt... Ne, der... Der ist schon leer, glaube ich, oder? Ne, ist doch nicht. Steht ja mit dem Heck zu uns. Haben wir überhaupt irgendeine Wirkung auf das Ding? Hm. Ich setz mal vorsichtshalber den Rückwärtsgang an. Ich glaube, der ist kampfunfähig. Eben gerade ist noch einer rausgesprungen. Jetzt dreht er sich gerade auf die Seite. Ich glaube, das hilft nicht. Machen wir rückwärtsgang. Ja, so viel zum Thema rückwärtsgang. Wir rutschen vorwärts. Okay, dann fahr ich dann deine Kammer gerade aus. Baller drauf, wenn du kannst auf den Turm. Ja, Infantrie ist da auch gerade nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier mit HE schieße, oder was das für eine Munition ist. Ich sehe das leider nicht. Das sieht schon sehr HI-lastig aus. Äh, fuck. Ähm, ja, wir sind tot. Falle weiter auf ihn. Versuch mal dann rechts vorbei zu fahren. Ja. Nein, 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 nicht uns angucken. Nicht uns angucken. Nicht uns angucken. Naja, fuck. Okay, die AP-Munition scheint nutzlos. Ich glaube, das ist doch gar keine AP-Munition. Hallo Tritum. Ähm, dann lass uns im... Ach du Kacke. Im Süden haben wir noch einen, ne? Ja. Und die anderen Panzerkrew hat es wohl ein bisschen weiter nach vorne geschafft. Was stehen die denn jetzt? Was da? Das sieht aber immer nach Quas aus, wenn der Kommandant immer noch neben steht draußen. So, und wie fahren wir jetzt da am besten hin? Ich würde wieder hochfahren. Ja, Richtung Norden, ja. Im Weg hieraus, genau. Wander macht es möglich, ja. So ungefähr. Wenn man ankommt, bevor der Krieg vorbei ist. Ich finde es ein bisschen ruck. Halleluja. Ja, wir manchmal um die Kurven fährt und das ist... Oh, warte mal. Meine Tastatur hat keinen Strom mehr. Eine Sekunde. Halt. Profis. Ich dachte schon die ganze Zeit, warum macht der so hopp nur? Ich drück doch einfach bloß in die Kurve. Ja. Schnurrlos, ja. Tastatur ist schnurrlos. Und die Maus auch. Hill 400 schieß mich tot oder sowas. Keine Ahnung welcher Wald oder wo das sein soll. Der Hügel sagt mir absolut gar nichts. Burgberg in... ne Burgberg Bergstein. Ich weiß auch mal was das ist. Bei Düren. Okay. Okay. Ich meine, die Karte gab es mal in Company of Heroes oder sowas. In so einem kleinen Strategiespiel. Oh, jetzt ist es aber... Oh. Halleluja. Von hier aus... links. Über die Bahnschienen können wir auch fahren da. Ne. Wir bringen uns woanders hin. Ach ja, ne schon. Da ist ja nochmal ein anderer Fluss. Dann erstmal über dem Fluss. Black Panther in dem Spiel sterbe ich ständig. Und ich habe vorhin fast 0 KD gehabt. Als Infanterist. Da bin ich schon stolz drauf. So, jetzt müssen wir hier irgendwann mal links... Ja. Hier müssten wir... Ne, da kommen wir nicht lang. Dann nehmen wir den gleichen Weg wie eben über die... Hier glaube ich, oder? Ne, 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 lass mal. Fuck. Fuck, 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 fuck. Reden, nennen, 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 nennen. Runterschaden. Ich weiß halt nicht, ob wir mit dem schweren Ding da über den Hockeli drüber kommen. Doch, das geht, das geht. Fällst du hier rechts durch? Und dann ganz rechts lang... Ja, vor uns, das müsste gut gehen, dann drehen wir auf der Stelle und dann fangen wir weiter. Achtung, feindlicher Panzer in D5. Er fällt euch gleich Ebel und Hau in den Rücken, ne? Feindlicher Panzer bei D5. D5. Dann können wir gleich den Weg theoretisch auch über den Norden nehmen. Der ist aber ein bisschen weiter, aber dann würden wir von oben in D5 angreifen. Das ist vielleicht ein bisschen angenehmer, als wenn der tatsächlich... Ja, wenn du mir sagst, wann... Ah, okay, dann vorne ist sozusagen nicht links, sondern rechts am Ende. Oh nein, 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 nein! Nicht den Schlwung verlieren! jetzt bin ich gespannt ok ohne geschwindigkeitslust und da vorne bei der kurve muss ich wieder aufpassen weil dann sehen hier die kurve war gemein glaube ich oder die links kurve gleich jetzt sitze ich aber ein bisschen höher jetzt sehe ich auch was nein blackpanta ich habe gesagt ich sterbe immer in diesem spiel unabhängig davon direkt vor uns hier an der garnison sind gerade fein in der nähe das ist aber schon weg jetzt rechts oder ich gehe mal nicht davon aus dass ich hier so ein panzerabwehrteam verirrt hat machen wir rückwärts fahren wir links vorbei oder so vorwärts immer und klappern ok wir sind irgendwie drüber ok bleiben wir gleich stehen wenn es geht wir haben die da nämlich schon vor uns da rollt der helm weg fahren wir weiter und das war nur der also du kannst immer nur vierten und ersten gang fahren so in etwa quasi die gänge gut im zweiten und dritten nimmst du eigentlich verkaufen deswegen ich habe ein tic zu früh runtergeschalten bin vorbereitet schon ich bin vorbereitet habt ihr noch irgendwo eine panzersichtung noch sagt das ist die falsche taste im moment wo kann ich mit dem chest ganz oben sprechen normal bei mir ist x glaube ich faust ja 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 habt ihr noch irgendwo ein panzer gesichtet ach krass chat was ist das ist die lesen hallo wir sind jetzt gerade leider schon etwas weiter vorne gucken ob du irgendwo spawnen kannst weiter vorne ja 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 f sechs stelle ich kann ja jetztinator wäcker habt ihr da feind kontakt bei euch warte mal geschwinter auf den kollegen vor die 5 bald irgendwo hier wir bleiben stehen ich brauche noch zehn sekunden zu uns waren gehen wir stellen gerne position sonst sonst hast du gar nichts mehr zu tun hallo gummico wo sind jetzt gespawnt ich bin gar nicht nach oben hell einfach richtung norden ja ich sehe es schon auf der map halt ein bisschen langweilig aber wir greifen auch gleich den letzten punkt dann bleiben direkt auf der straße ich bin ich nicht mehr unbedingt du hast auch kommenden spielen e ist nicht kommandant oder wollte ich bin ich bin kommandant aber du darfst oben in der oberste kaputt ich mach gerade ein fahrer ach so ok ich bin gleich bei euch größer du hast da oben was eingenommen ok wir fahren jetzt einfach direkt auf den letzten punkt drauf also grob richtung und da wir sowieso keinen kommandanten haben und jeder ist funktioniert aber recht gut dafür ist der chat eigentlich auch egal von daher ist es egal ob ich da oben sitze oder als fahrer das wollte ich damit sagen also ja also wir verlieren noch was wieder rüber haus problem ist nach rüber haus kann man nicht schlecht da müssen wir uns komplett wieder zurückfahren aber ich bin geradeaus 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 jungs vor uns infanterie ist immer noch links an dem pfeil an der fahne ja den einen habe ich schon weiß nicht ob da noch mehr sind jetzt heute die hi gegen den zahn genau diesen pfeiler da getroffen weiter hinten ist noch ein bisschen von drehen lang gelaufen habe ich da gerade kindle klacken hören am mikro vielleicht ja okay die runde ist gleich vorbei und dann sind wir drei ausquart dann passt es ja wieder wenn du noch bock hast immer noch auf dem selben server jr3 oder sowas auf dem wie hieß der noch 23 infanterie scheuen mir einfach nach ich sehe gerade nichts da war glaube ich eine mine ja da war eine mine okay hell vorhandelt ja jetzt hat es keine panzer mehr soll ich kurz kommen und laden 20 spawnen das ist ja garmann skis oder amerikanskis moment ich wurde gerade abgezogen jetzt noch mal was amerikaner oder soll ich kurz kommandanten panzers bauen deutsche wäre nett wenn du mir das auch einfach wie geht das sorry ich rede gerade mit einem der bei uns jetzt gerade drei wir sind deutsche ach so wir müssen einer muss kommandant sein und jetzt verstehe ich okay ähm ja spawnen einfach schwindfass okay bis gleich also nach der wir haben gerade auch einen dritten dabei der jetzt so nett ist für kommandanten aber wie gesagt wir sind gerade am letzten punkt schon einnehmen von daher sollte gleich vorbei sein ich meine ich meine sind vertriss doch ein ja welchen wir zu haben krieger panzer panzer ach dann muss der kommandant panzers bauen jetzt ok äh wer kann die polen er steht jetzt auch schon der steht da vorne irgendwo richtung 300 ich bin gleich dabei danke siehst du den irgendwo auf der anderen flusssolle bitte sagt mir dass ich schwimmen kann nein man kann nicht schwimmen nicht stundieren haltet elf stirbt man wenn man ins wasser geht hallo jetzt kommt der russ ja darf ich ganz kurz stören ja und da bin ich wieder also der ersteindruck von full script zone ja alleine der sound das sind meilen ja werde ich mir kaufen und angucken alles klar ich wollte es nur sagen passt 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 das ist definitiv wert was ich bin in dem haus hier ach so hier ist auch mit den gewehren kommt man besser klar ok ich bin schon wieder raus ich will euch den nerven passt schon äh wollt's wieder fahren oder ähm ich kann auch einen kommandanten machen oben schalte ich ich hab's hier umgelegt deswegen weiß ich jetzt shift und strg ist schalten glaube ich abel könnt ihr noch den punkt verteidigen ja aber entscheide entscheide dich ich schalte ich ach so ja äh ich sitz oben fahr du passt ok der hat doch gesagt entscheide ich ja hab ich auch verstanden hab ich gesagt entscheide versuch links oder gerade mal geht geradeaus hoch ich glaube der Zaun kann ich nicht durch aber ich kann es ja probieren ja ja kann den Zaun nicht durch ich glaube eher dass wir am baum hängen geblieben sind hey der Zaun ist nicht durchfahrbar kannst du ich kann ja gleich jetzt hier nochmal rechts genau genau ja siehst du wir sind über den Zaun drüber gefahren weil es hier über die Gleise also er hat eine Hitbox ja oder auch nicht weil was das hatte ich jetzt auch noch nicht die Zaun guck mir nicht durch das sind wir hier raus aber doch da müssen wir also das hatte ich jetzt noch bei keinem Zaun dass man da nicht durchfahren konnte was ist denn jetzt her doch manche gibt es vor allem auf der Map hier ja komm mal rüber halt zurück 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 rückwärts setzen genau und dann die Straße rechte Hand hier gerade raus Kruppstahlzaun ja so ungefähr nächste Karte wird rechts was war das denn noch nach der Alleine ist doch hier in der Normalis gewesen der Straße einfach folgen ja da 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 ich da 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 von daher alles gut genau, Stacheldrahtzaun, scheiße, wie könnte man jetzt denn durch ja und Johnny dran denken, ich musste damit das streamen läuft auf 1280 also auf 720p runter soll ich dir nochmal diese anti-lacing mit settings und sowas schicken Moment, 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 sorry nochmal, ich glaube die Runde ist so gut wie gewonnen ja, ja, da vorne aufpassen, da kommt eine scharfe links Kurve, ganz scharf, besten zweiten Gang runter sorry wir hatten doch mal hier in HL diese settings ausprobiert, damit das ein bisschen flüssiger alles noch läuft und halt diesen Diodex 12 Modus genommen ähm, da kamen wir von irgendwie auch von links, links ey, sag mal, seid ihr da Luchs? nein waren wir eben wir sind der Panther ey, Luchs äh, und Johnny oder Rabauke, könnt ihr mal ausrufe zu den Flaschenkindl machen, bitte, danke rechts halten rechts halten unten lang okay, gewonnen dankeschön, ihr beiden da könnt ihr beim Flaschenkindl zugucken hast du auch einen Stream an, oder? Zeus, streamst du auch grad? ne wer es ist, ist schon, macht das Quot auf müssten wir jetzt wieder angespielen, oder? gut gut Vielen Dank.